Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt kurz eine ganz, ganz, ganz kurze Ankündigung. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt auch wieder neue Salomon Stories mit... Ihr habt das ja bestimmt auch schon gesehen, was ich getan habe, so eine Sprachfolge, wo ich sprechen muss. Wo ich sprechen muss und nicht den Text einblende. Sondern wo ich regelrecht sprechen muss. Und ich habe heute Nacht, ich mache jetzt eine Folge, wo Bani und Mamoru und Haruka und Michio zusammen vorkommen. Und auch natürlich Debuts und so. Am allermeisten Haruka, Bani, Michio und Mamoru. Und ja, ich würde sagen, ich würde mich dann melden, wenn ich etwas genaueres weiß. Aber ich mache jetzt dann auf jeden Fall mit dieser Geschichte an. Und ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Video. Also bis dann. Eure Bani und Haruka.